Moin Moin und Willkommen und ja, bald ist es wieder soweit, dann gibt es wieder einen BMW zu gewinnen. So, wir machen aber den Underground Modus. Wir wollen ja mal vorankommen und ich sollte vielleicht mal ein Auto tunen. Das hängt aber ganz schön in das Spiel. So, wir werten im Bereich, warten die Oh, das war jetzt aber knapp. Alarm bei den Laderrampen. Ja, im Moment habe ich auch ein bisschen normale Rennen gemacht, deswegen nicht wundern, wenn ich schon ein Löffel gestiegen bin und wir bräuchten ein schnelleres Auto. Ja, das ist jetzt ein konsequentes Problem. In uns gehen ein bisschen die Teile aus. Kommen wir auch nicht komplett tunen. Jetzt ziehen wir uns auch noch eins. 386. 4-4. 8-8. 4-4. 3-4. 4-4. 2-4. 4-4. So kann ich sie noch tauschen. Ah, wir haben kein Geld mehr. Ja, da haben wir eigentlich ein kleines Problem. Vielleicht ein bisschen an Geldmangel. Soll aber kein Problem sein. Ich glaube, ich muss erst mal Geld erfahren. Ja, und den Ton habe ich jetzt auch gerade mal leiser gemacht, weil wir spielen miteinander 8. Das hat aber dicker gereicht. So. Und wir müssen einen BMW überbringen. Nee. Von einem WX oder von einem BMW? Nee. Ach, das ist ja nur viel Auslieferung. Schon gut. Das ist ja auch schon. Der Win hat angerufen und er möchte sein WX haben. Ja. Ja. Soviel zum Thema. Keine Kratzer. Schlecht gefahren. Ja. Es ist ja auch schon. Ja. 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 Ich glaube, es ist ja auch schon gut. Ja. Upgraden. Denn wir haben alle Blaupausen gesammelt. Oh, jetzt sieht es schon ganz anders aus. Wir bauen mal einen anderen Motor rein. Da fährt man sogar Teiler. Könnten wir umbauen. Wir gehen gleich eine Stufe höher. Wir brauchen eine Stufe 3. Wir brauchen eine Stufe höher. Wir brauchen eine Stufe höher. Wir brauchen auch noch etwas Leistung raus. Wir haben schon wieder kein Geld. So ein Pecherbau. Da sehen wir uns ja einmal an. Es ist wieder leicht. Und dann versuchen wir natürlich den nächsten Boss wegzubekommen. Wir brauchen eine Stufe höher. Wir brauchen eine Stufe höher. Gute Idee mit Verkehr. Wir brauchen eine Stufe höher. So, den Fehlern haben wir auch wieder. Und Mittel. Und wir haben nichts zum Auftanken. Wir müssten wie lange warten? Acht Minuten? Ne, wir haben doch einen Treibstoff. So lange müssen wir warten. Und wir sehen uns gleich. Bis dann.